Hey ho meine lieben Freunde, hier ist euer M3D und der kommt schon wieder auf dumme Ideen hin. Ich versuche jetzt gleich an dem Penner vorbeizukommen. Alter, da ist er, da ist, da ist. Alter, er bleibt doch nicht hängen. Hat er mich gesehen? Nein, er ist noch nicht rot geworden, das heißt er sieht mich nicht. Alter, mein Gott. Also orange muss er werden. Mist. Der Plan lief super, oder Freunde? Er hatte keine Chance, der Penner. Der läuft aber auch voll behindert mit seinem Cape, ey. Der denkt auch, der ist Darkwing Duck. Da kommt er genau auf mich zugelaufen, ey. Zack, hast du? Oh Gott, ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Junge, verpiss dich doch mal. Geh weg. Ey, der will mich doch ärgern, ganz ehrlich mal, oder? Der provoziert es doch aufs Maul zu kriegen. Ich staubsaug dich gleich weg, Junge. Alter, jetzt kommt er hier in den Gang rein, das gibt es doch gar nicht, Mann. Wäre echt hinter den Felsen geblieben. Das wäre meine Rettung gewesen, ey. Geht er weg? Spürt er meine Präsenz, oder was ist hier los? Junge, geh weg! Jetzt steht er da so rum. Ich könnte hoffen, dass er verpackt ist. Naja, verpackt sieht dann das aus. Nein! Er geht weg, er geht weg, er geht weg, er geht wieder hoch. Er geht wieder runter, er geht wieder hoch. Er geht wieder hoch. Alter, ich mache den Junge fertig, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich muss nur geduldig bleiben, meine Freunde. Der Typ, der spielt mit mir ohne Witz. Jetzt! Jetzt kommt er wieder zurückgelaufen. Junge, was ist mit dir los, ey? Gehst du bitte weg? Geh weg! Ja, schade, dass man nicht einfach vorbeirennen kann. Leider hat man viel zu wenig Ausdauer, als dass es irgendwas bringen könnte. Was ist denn mit ihm los? Hm. Vielleicht mal verpissen. Vielleicht lädt es ja neu oder sowas. Und er verschwindet dann. Oder es gibt noch einen Alternativweg. Aber ich habe ja keinen gesehen, hätte ich gesagt. Tja, 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 tja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss an ihm vorbei. Wo ist er denn? Ah, dann bleib da einfach nur doof stehen, ey. Penner. Penner, Penner, Penner. Du bist ein Penner. Und verschwindest jetzt. Geh weg. Geh. Ach was, jetzt läuft er weg oder was? Entweder ich stinke oder er hat Angst vor mir. Oh, hä? Er bewegt sich sehr, sehr komisch. Das Problem ist auch, dass er einfach keine feste Route zu haben scheint. Der läuft rum, wie ihm lustig ist irgendwie. Wie? Oh, jawohl. Geh weg. Er hat mich gesehen. Nein, er hat mich nur vermutet. War noch nicht gesehen. Alles klar. Also kann man sich bei den Schützen, das ist gut. Das heißt, jetzt haben wir schon mal was gelernt, man kann nah an ihn rangehen. Und wenn er etwas, also wenn es gefährlich wird, wird er erst orange, er rennt gleich auf einen zu oder so. Gefällt mir. Der steht hier so, scheiße. Ab nochmal. Er geht. Er kommt zurück, kacke. Ah, fast wäre ich glücklich geworden. Junge, geh weg, lauf nicht wieder zurück, jawohl. Er geht weiter, er geht wieder weg. Ja Junge, geh schön weg, geh schön weg. Jawohl. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Du kannst mich mal, du kannst mich mal, du kannst mich mal. Nein, da ist dein Kollege. Nein. Aber gut, wir wissen, wir brauchen nur ein bisschen Abstand halten. Komm, geh mal da hinten hin. Nicht zu mir. Ich höre jemanden schnaufen. Schnauze. Oh Gott. Geh weg, du Lacken. Okay, hier bin ich eigentlich sicher von den Pennern. Jawohl, 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 jawohl. Ja, 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 ja. Weiter, 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 weiter. Zielsicher, Zielsicher. Juhu. Alter, vorbeigeschafft. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wieso habe ich keine Ausdauer mehr? Das gibt es doch gar nicht, Mann. Wieso habe ich keine Ausdauer mehr? Oh. Jetzt. Da läuft wieder jemand. Alter, wollte ich mich eigentlich ver... Ich stehe so scheiße gerade. Ja. Ich muss ja weg, ich muss ja weg, ich muss ja weg. Es bringt nichts. Alter, Verwalter. Meine Güte, das Spiel macht mich selig kaputt, ey. So, ich komme da irgendwie nicht hin. Aber ich glaube, ich würde auch schon wieder direkt in die Sackgasse laufen. Also wäre dieser Weg einfach klüger. So, oben läuft schon wieder jemand. Boah, laufe ich... Ah, ich laufe auf dem Eis. Ach, du Scheiße. Kann ja ganz schön gefährlich werden. Gut, aber hier gibt es auch nichts zu finden. Das gibt es... Oh Gott. Irgendwann mach dich ab. Kacke, kacke, kacke. Uh. Spannend. Geh weg. Ich würde gerne an dem vorbeikommen. Ja, schnaufe du noch mal rum wie so ein Bulle. Oh Gott. Okay, der nächste Weg führt uns hier oben lang. Definitiv. Den probiere ich. Oh fuck, ey. Nein, der kommt nicht nur hier gelaufen. Oh. Jetzt ist er weg. Wer ist weg? Meine Chance. Lauf! Oh! Oh! Oh, 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 oh. Läuft aber noch gut, Freunde. Läuft aber noch gut. Was ist das hier für ein scheiß Gebiet, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Hier sind ja nur Gegner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist jetzt mal endlich hier Frieden? Also jetzt habe ich wirklich keine Ahnung mehr, wo ich bin, aber ich muss sagen, wir sind gut an den Gegner vorbeigekommen, ne? Da muss man doch mal Eigenlob aussprechen, hier. Wo könnte man hin? Hier sieht es nicht so fantastisch aus. Tja, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich glaube, wir sind nicht auf dem Weg, den wir eigentlich gehen wollten. Ja, aber ich vermute auch gleichzeitig ist so. Alter, was ist das? Was ist das denn für eine coole Höhle? Da ist eine Tür? 61, 32. 61, 32. Wow. 61. Hier. Da würde ich wahrscheinlich einen Schlüssel finden, ne? Würde ich jetzt mal so mutmaßen. Das muss ich mir mal aufschreiben. 61, 32. Alter, 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 alter. Okay, pass mal auf. Wir gucken uns nochmal hier weiter um. Hi. Hier sieht es eigentlich ganz angenehm aus. Also, gefällt mir. Tja, hier hätte ein Zelt sein müssen. Das wäre viel geiler, weil dann könnte man sich hierher teleportieren. Wie soll ich denn wieder hierher finden, bitteschön? Wenn ich gar keine Ahnung habe, wo ich bin. So, laufe ich hier überhaupt wieder richtig zurück? Ich habe keinen Plan. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht so verkehrt aus. Eine Nachricht wäre ja auch mal gut, damit ich diesen Standort hier irgendwie hätte, ne? Aber das wird mir auch nicht geschenkt, ey. Tja, wie soll ich denn in diese Tür reinkommen? Also, wie gesagt, ich vermute echt, dass da der Schlüssel liegen wird bei diesen Koordinaten. Und ich würde da auch echt gerne hingehen. Ich muss halt nur mal gucken. Ich müsste da zuerst mal zu dem Zelt da kommen. Und dann muss ich das Beste rufen. Nur, wie soll ich das wiederfinden, Alter? Jetzt mal ernsthaft. So. Weil mit einem Zettel ist es hier irgendwie auch nichts. Oh, 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 oh. Das sieht ja fast so aus, als ob man dem Dings hier nahe kommt, ne? So komischen Antennturm, was auch immer das sein soll. Soll ich mal hier runter gehen? Hm, ob ich hier wieder hochkomme, ist auch wieder so eine Frage für sich, ne? Ne, hier komme ich definitiv nicht wieder hoch. Ach, scheiße. Jetzt hat die Frage, wo bin ich hier, ne? Man kann versuchen, zur Antenne zu kommen. Dann würde ich jetzt einfach mal diesen Weg hier vermuten. Ob das jetzt so naheliegend ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht der Sturm hier wieder böse ab. Hier ist eine Höhle, gehen wir mal kurz rein. Okay, es ist einfach nur so ein Durchgang, im Endeffekt. Oh. Bringt mir noch nichts. Scheiße, ich könnte überall sein, ne? Äh, tja. Hier bin ich runtergekommen, das steht schon mal fest. Gut, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Ich könnte mir echt vorstellen, dass wir irgendwie zur Antenne kommen könnten. So. Und jetzt gehen wir mal hier links hoch. Ich wünschte jetzt echt, ich würde einen Zettel finden und wüsste einfach, wo ich bin, ey. Das wäre für mich das Genialste gerade überhaupt. So. Wo ist denn überhaupt die Antenne jetzt? Ah, da ist wieder diese Höhle. Okay. Ah, ja, 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 ja. Dahinter waren wir doch auch schon mal. Das heißt... Wir sind gar nicht mal so weit weg. Also, wenn ich da diesen Weg, glaube ich, zurücklaufe, den da hinten, dann komme ich, glaube ich, zu einem Lager an. Und wenn ich hier dann laufe und mich immer schön rechts halte, dann komme ich da an, wo ich noch nie war. Wenn ich hier einigermaßen die Orientierung gehalten habe. Ja, ja, doch, 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 doch. Denn hier waren wir schon. Also, eins steht fest, ich werde die Höhle nie wiederfinden, ey. Das ist scheiße. Aber gut, man weiß ja auch nicht, ob da wirklich jetzt so ein Schlüssel oder sowas ist. Wir werden das mal herausfinden müssen. So, nochmal hier lang. Ah, ja, ja, hier sind wir gewesen. Okay, und hier runter gehen wäre, glaube ich, Selbstmord. Naja, gut, meine Freunde, dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.